So, komm mal her. So, Wettkampf vorbereitet. Welche Woche? Dritt. So, ich zeig euch mal meinen kleinen Tick. Mein Tick ist hier, es müssen immer alle Scheiben so übereinander liegen, dass hier genau alle Löcher übereinander sind. Das ist mein kleiner Tick. Vielleicht auf der anderen Seite. So, erstes Besuch. 155. Ja, tausend. Noch ein bisschen, zwei, zwei, drei. Einmal nochmal. Japp! Komm, du, zurück, zurück! Japp! Ich habe es noch einen. Ich habe es noch einen. Ich sage, da geht noch etwas. Schön. Schön. Ich brauche noch einen. Ja. Super.